Ich bin bald wieder da. Versprochen. Ohne deinen Vater können wir das Geschäft nicht weiterführen. Wieso müssen wir hier weg? Hey, von hier wegzugehen wird uns guttun. Wir werden Joan wiedersehen und können ihr auf der Farm zu Hand gehen und Weihnachten auf dem Land feiern. Weihnachten? Wir feiern Weihnachten bei ihr? Das ist wirklich eine sehr schöne Arbeit. Ein Mann aus der Gegend baut sie. Ein guter Handwerker, aber auch etwas verschoben. Den Kindern ist er unheimlich. Mr. Toomey? Was wollen Sie? Mein Name ist Susan McDowell und das ist mein Sohn Tom. Was wollen Sie? Wir hatten kürzlich einen Verlust zu beklagen. Ein Krippenspiel aus Holz geschnitzt, das uns sehr viel bedeutet hat. Und zunächst haben wir gehofft, dass ein Wunder geschieht und wir es wiederfinden. Aber Wunder sind dummer Schnickschnack. Stimmt was nicht? Also mein Engel sah so wichtig aus. Dummer Schnickschnack, der ist auch wichtig. Das ist ein Engel. Was soll ich denn machen, damit er noch wichtiger aussieht? Sie machen das schon. Das ist eine sehr schöne Kuh. Es ist nur, meine Kuh sieht irgendwie stolz aus. Schnickschnack. Kühe sind Kühe. Die sind niemals stolz. Meine Kuh schon. Weil sie wusste, dass Jesus in ihrem Stall geboren ist. Mr. Toomey? Ja? Denken Sie, dass Weihnachten dummer Schnickschnack ist? Ich glaube, Weihnachten ist etwas ganz Besonderes.